Musik Die Musik ist eine Gabe und ein Geschenk Gottes. Sie vertreibt den Teufel und macht die Menschen fröhlich. So beschreibt Martin Luther die Bedeutung der Musik für Glaube und Gemüt. Er selbst war ein ganz guter Sänger und hat auch die Laute gespielt. Seine Lieder waren enorm wichtig für die Entwicklung der Reformation. Und das Singen wurde schon bald zum Markenzeichen der Lutherischen. Das folgende Lied, Die beste Zeit im Jahr ist mein, stammt von Martin Luther. Und er hat es überschrieben mit Frau Musiker singt. Der Gesang der Vögel ist so etwas wie die Urmusik zur Ehre Gottes, die die Menschen fröhlich macht und sie ermuntert, ihrerseits in das Lob Gottes einzustimmen. Von diesem Lied kenne ich mindestens drei Melodien. Wir hören jetzt gleich die im Satz von Arnold Mendelssohn. Dessen Vater war ein Vetter von Felix Mendelssohn-Bartoldi. Vier Mitglieder des Bachchores singen Ihnen jetzt dieses fröhliche Sommerlied. Vier Mitglieder des Bachchores singen Ihnen jetzt dieses fröhliche Sommerlied. viel guten Samen erlautet nur, viel guten Samen erlautet nur. Oh, dann, wir lieben nach dir, ach, alles für dich übernacht, für dich in den ewigen Gesang, es muss die Kabe niederladen, es muss die Kabe niederladen. Im Meer, geliebter Herr, der sie also geschaffen hat, so sein die hälfte Stängerin, der Musiker, ein weißer Ding, der Musiker, ein weißer Ding. Im Sint und String singt Tag und Nacht, sei so, dass sie mich übernacht, wie mir du trug auf meinen Sand, und sei dir meinen Leben da, und sei dir meinen Leben da. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020